Herzlich Willkommen meine Freunde, wir sind ja jetzt in der Weihnachtszeit und heute ein Päckchen von 1860 München. So, drehen wir rum und öffnen das mal. Leute, 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 ihr seid... und noch ein Gummigeschenk. Ihr seid echt die Besten hier aus München. In München schlägt ab sofort mein Herz. Es ist einfach so, Bayern schickt mir... Bayern und 1860 sind die einzigen, die mir einen kompletten Autogrammsatz schicken. Schon sortiert. Stefan Lex unter anderem. Das sind, wartet mal, das sind die ganzen Karriere-Legenden vom Hansus. Hiller, Weger, Moll, Ramon Dometzger. Ramon Dometzger? Stefan Lex, mit Abstand die beste Legende. Hinten noch was drauf. Noch so das Gesicht von Lex, also das haben sie echt gut gemacht. Severings, Mölders, Mölders auch Hammer, Gepard, Greilinger, Erdmann, Dressel, Benjamin Kindsvater, Daniel Wein, Nico Kager, Noel Niemann, dann Bekeiroglo, Osei Owosum, der sich auch Prinz nennt. Bärzl, T-Reis, Wahnsinn. Wirklich der ganze Kader original, oder ist denn das Original? Ich glaube schon. Ich glaube da schon, allein schon die Tatsache, dass das hier anders unterschrieben wurde wie das hier mit einem anderen Stift, deutet darauf, dass es nicht gedruckt ist. Paul, Klaassen, Böhnlein, Steinhardt und die Ersatzbank mit Bonnmann, Kretschmer und Trainer Kölner, Kmet, Brandl, Kübel, Luninger, Oliver Bär und Harald Huber. Vielen Dank an den TSV 1860 München für dieses fette Paketchen. Also da muss ich mich wirklich echt bedanken, was ich da alles schon vor Weihnachten zugeschickt bekomme. Und ja, dann sehen wir uns bestimmt wieder beim nächsten Video. Nebenbei seht ihr noch, weil ich das hier alles an einem Tag mache, das Mailday von PAX United. Da könnt ihr auch oben auf die Infokarte klicken. Dann war es das. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski.